hallo und herzlich willkommen zum heutigen fifa 16 und zwar mit frauen gegen den dorne hallo so dorne ist die usa genau und ich bin deutschland einstellen 90 habe ich ein paar drin was hast du drin ich habe 2 90er und 1 91 ja das sieht ja auch sieht ganz toll aus hier echt ich bin mehr tief oder wie heißt es ich bespiele natürlich in usa wie sich das gehört keine ahnung wo ich bin also ich gehe zu lassen das macht macht sich auf etwas gefasst echt ein hohes Ziel bei mir ja das sieht gleich aus bei mir hä hä jetzt im schussversuch ja das war auch nicht der Schwerfelsen ne ne hallo also so war das irgendwie nicht ooooh hehehe ja was freut die sich so alle was freut die sich so alle schön sind oder äh... leul Frauenfußball hehehehehehe Gaby hat grade das Gesicht gerunzelt häh hallo das ist ein Frau Spiel ist Frauenfußball ich gegen Dorne natürlich in Aufnahme Genau, Einwurf mit Deutschland Willst du Einwürfen? Ja, ich muss jetzt Abschluss Wie das aussieht beim Oh, dieses Solo Das ist so die Die ständig irgendwie Negativschlagzeilen macht Keine Ahnung Nicht schleckt Nicht schleckt Was? Es wird sogar Eine Skiriesenfrau Der bestimmt auch Klasse Outplay, Junge Alexandra Popp jetzt Schön genommen Oh genau, mach mal ein Solo Oh Rapino Nix Oh Machst du da, Alter Bist du blöd? Nein Ja, genau Der macht den ersten Schuss aufs Tor Und trifft, Alter Lass mal den jensten Jubel da Klasse Anschluss Den Ball hat sie super platziert Ja, seht ihr Schlecht, ne? Ja, natürlich die da Ja, das ist hier Wunder schön gemacht Das ist eine glänzende Schusstechnik Punkt genau Hallo Die ersten Treffer Ja, vorteiliger Der Spieler Richtig Fahrt aufnehmen Und Alex Morgen Und Alex Morgen Und Man Wunder Aber die Bedingung sich nicht mehr so wie Männer muss ich sagen Oh Oh Aber wollte ich nicht mehr machen Laufkeule! 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 Wo spielen die hin? Was machen die? Sie besoffen oder was? Ne! Ganz einfach hat den Ball geklopft! Wie die sich dann noch verteilt? Jetzt gibt's die Gelderkarte! Das war doch nix alter! Die mach ich jetzt mit! Das war doch nicht mal Wasser, die hat sich fallen lassen! Schwalbe! Auf jeden Fall! Die ist ganz gut! Die hab ich vor ein Tor geschossen in der Aufwand! Und damit sind sie am Ball! Hallo! Da ist das Tor super platiert! In den Winkel! Da sagt der Chris nichts! Professor, kannst du die Kugel nicht platzieren? Alles klar! Das war ne Kampfansage, Chris! Alles klar! Das sieht gut aus! Es steht 2 zu 0! Bisher spielen sie hier ohne große Probleme! Jetzt wird er leise jetzt! Jetzt planen wir was in den Winkel! Wir müssen mal auf Defensive umstellen, glaube ich! Wer? Ich! Der Ball kommt gut! Die Flanke fängt sie ab! Gut gemacht! Ich soll sie nicht so auf das Umstellen achten! Sie kommen heute heute zum Abschluss! Und so kommt der Ball! Oh! Ich will die rumschreien! Das wäre schon der Trainer oder so, der untenrum plärst! Ich habe jetzt auf Defensive gestellt! Ja! Willst du nicht nochmal faulen oder so? Ich bin abgewählt! Ja! Ist klar! Das ist der Doppelschlag! Na! Na! versehen Are people! My神! 어디iga! Das war ja! Das habe ich zu machen! Wie hoch mit! Das ist vollucaelt haha was war das denn? Ja! Komm! 頻度 aus! Du hast den Rudy! ! artery! das ist natürlich kein Problem. Sie holt sich den Ball. Loll! Warum steht die wieder auf? Oh, jetzt geht es wieder gut. Jetzt kannst du mir einen Ball geben. Ja, warte. Ich gebe ihn dir. So, und weiter geht's. Ja, wir müssen schon fair bleiben. Ja, hör mal. Oh! Oh! Drei Minuten? Oh! Locker easy. Locker easy. Was, das war ein Foul? Ja, du hast mich umgerannt. Hallo, ich bin einfach nur gegen dich gerannt. Ich kann mich nicht auflösen. Schade. Okay, ja, warte. Ja, die Halbzeit... Zwei Treffer in der ersten Hälfte. Kann sich sehen lassen. Ja. Ja, ich muss da mal... Ne, ich muss mir nochmal die Spielerin hier anschauen. Ich hatte sieben Schüsse. Also, ich bin schon... ich bin schon am warten. Ey, die Stadien schauen auch richtig geil aus, ne? Richtig schön animiert und so ist echt gut, ey. Ja, das sieht man ja gut im Trailer. Da steht ja Captured Ingen. Na, die Stadien. Ja, ja. Oh, Mann. Hör auf mich zu ziehen, Alter! Oh, jetzt der Schuss! Oh! Boah! Boah! Das war knapp, weil das Schwede! Aber wir spielen ziemlich ausgültig. Ja, halbwegs. Sie springt einfach drüber. Gut gemacht! Und nun ein Schuss! Hier geht nicht heiß! Es bleibt beim Unentschieden! Mittag! Ja! Und dann geht's weiter, oder? Ja, passt! Nix! Ich habe irgendwie Angst, dass ich mir mit der anderen noch... noch... noch die gelber rote Karte hole! Oh! Wie? Halt hier! Halt hier! Halt hier! Ich hab auch nix! Ich hab auch nix! Also halt, soll ich... soll ich Stolker drinnen? Ja! Oh! Fast die Führung! Da warst du noch dran! Denk mir mal, das ist mit ein bestimmten Connection-Probleme gerade gewesen. Nee, da warst du nicht mehr drin, oder? Nee, nee! Oh, das war schön! Wo ist denn jetzt wirklich gut? Nein, was war das denn? Was war das? UE aller nicht! Ich hab' ich schon links rum, schm вал. Ich geh dich wichtig! Was denn?! Halt hier! Ja! Wackig! Da ist man gut! Wie? Wackig! Das war doch nix! Hey, die gelten, nach vorne noch was habe ich noch nicht Ist ja gar nicht gut! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ja, naja! Das war da Physics! Yaman toplik! Na also nicht. Gutes Tackling Gutes Tackling Hallo? Ja, schiebt Oh! Klasse Ausgabe! Sie kommt an den Ball! Da kommt der Schuss! Das ist ganz souverän und hält diesen Ball! Es bleibt beim Unentschieden! Das ist sehr gut werken! Auha! Der war knapp! Hab nix wieder? Ja, ich auch! LOL Ich denk mir mal, das sind die ganzen Downloads und so weiter Das ist sowieso Alter! Na, davon ist halt keiner Morgen Oh, du hast einen drin, der heißt Morgen, meiner heißt Mittag schnell ausgeführt Ja, wieso spielen die? Oh! Morgen, Mittag, jetzt morgen, ehe Abend wir haben morgen nur noch abend Da kommen Sie im Ball besetzt. Sehr gutes Tackling. Das war gar nicht unfair. Jetzt müssen Sie aufpassen. Oh! Das geht, er hat immer jedes was, so ein Ding, die Haxen dazwischen, das war nicht so ein Ding. Und hier hat die Abwehrspielerin das Nachsehen. Da hat ihr Timing überhaupt nicht bestimmt. Schöne Flanke. Oh! Okay. Jetzt sind wir 70 Minuten, ich muss gleich mal ein wenig auswechseln, glaube ich. Wenn nicht schlecht, weil ich nun lasse, weil es nicht richtig gut ist. Aktuell sehen wir hier nicht. Zumindest hier keine Vorteile zu sehen, aber es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt. Superflanke! Pop! Oh! 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 Ah, das war ein schöner Pass. Aber deine Alte ist fertig. Ah, da ist keiner in der Mitte ist das Problem. ich bin schon erst nicht. Attache! Oh! Das war einfach. Genau, das war einfach. Locker, easy! Boah! Nein, noch nicht. Was? Was? Erstmal klären? Man kann es ja mal versuchen. Oh! Alter! Mach keinen Scheiß, Alter! Bist du bescheuert oder das? Aber keiner mit? Meine Herren! Die ist eh fertig, die Alte. Ich habe noch was im Tank. Oh! Ja! Also, wo war das so? Ja, du kommst nicht mehr hinterher, Mann! Nein! Ah! Ah! Scheiße! Der eigene Mann! Oder beziehungsweise die eigene Frau! Oh! Vielleicht geht es umschieben aus, keine Ahnung! Dann geht es bestimmt wieder schießen! Was keiner von uns kann! Nein! Genau! Ehhh, ein Wach mit 당연hin! Die beim weg, nicht stoppen können! So ist der Ball gleich weg! Nein! 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 Ich bin hier natürlich unter Druck, deshalb vielleicht auch der schwache Abschluss hier, Bougie. Ja klar, Wolf, dass du irgendwann ans Nachdenken kommst. Ja vor allem, du warst jetzt 2-0 in Führung. Ja. Ich hab zwei Teuer hintereinander geschlossen, Andy. Jetzt gibt's hier nochmal Freistoß. Würde ich auch sagen jetzt. Für was denn? Hä? Für was? Dann fragst du mich Sachen. Würdest du uns das vorgemacht? Nicht immer zieh. Reguläre Spielzeit in Sohn, aber es geht noch weiter. Gibt drei Minuten oben drauf. Mit der Faust kann sie ihr Rettbewerb. Ja. Die DKO. Elegant gelöst hier. Ja. Die DKO. Ja. Hallo? Hä? Ah! Oh! Was? Unser Spiel endet unentschieden. Na gut, dann würde ich mal sagen, wenn es fällt, dann Daumen nach oben und bis zum nächsten Match. Tschüss! Neue Pause. Ja. Ja.